Das ist halt nicht so sparsam, so wie es aussieht. Hier ist eine blaue Waffe, die ich markieren kann, weil ich die nicht sehe. Ich weiß die genauer. Irgendwie, was ist das? Kampfmonie? Ja, perfekt Havac. Ja, Mann. Einer ist gewollt bei euch. Hallo? Hallo? Habe ein. Zu. Ja. Mein Gott, mein Gott. Hilfe! Ei, ei. Alter, ich bin fast gestorben. Warum bist du tot? Ich muss mich noch healen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh Gott, ich komme zu dir. Oh Gott. Wird er so weit? Wollen wir noch eine Kiste? Äh, was mache ich hier? Ich kann auch sogar gar nichts. Ich habe Minis. Mach mal hier bitte einen Auftrag. Hier einer. Hier vorne. Mit den Gegner eliminieren. Hier ist noch ein Gegner. Äh, wo? Wer tut da einen nehmen? Ah, okay. Hier kommt ein Auto. Ab ein. Ich habe ihn im Wasser mit Feuer gekillt. Das muss mir erst mal in der Nacht machen. Ich habe den Minis mit. Hier ist noch ein Biggie, wenn jemand haben möchte. Digga! Gehen wir zum Tresor? Ich komme mit. Gehen wir zum Tresor? Hab da irgendjemand noch für mich pumpen, Moni? Ja, ich habe welche. Gehen wir zum Tresor? Ja, ich habe nur acht. Ja! Komm mit! Gehen wir zum Tresor? Auf Motorrad flammen. Ich kann. Oh ja. Ich kann... Keine, ich bin nicht zu. Stimm aufETH-Kart. Du bist schon aufgeregt. oh okay wasser boss alle rein hier bitte lasst mir doch was da ich dachte er hat mir jetzt ein gewonnen zu beschwimmen ich hab auch ich brauche aber kein Jetzt ist alles leer, oh mein Gott. Alles leer? Ja, wir haben alles leer gemacht. Ich muss nichts mitnehmen. Hä? Ja, du. Sven, willst du hier irgendetwas? Jetzt legt der noch eine taktische Pistole. Nee, nee, danke. Okay, dann nehme ich die mit. Wollen wir zur Rennstrecke? Ja. Jetzt so. Ich darf doch noch fahren. Ich komme. Ich bin vollständig, wenn ich hier glaube ich. Ich bin vollständig, wenn ich hier glaube ich. Ich bin vollständig. Ich bin vollständig. Das nächste Video. Ich bin하게 studenten. Ich bin vollständig, ich bin vollständig. Ich bin vollständig. Denn ich bin Bach. Ich bin vollständig. Ich muss aufpassen. Äh, like, like, like. Hier sind erstmal viele Likes drauf. Warum? Haben die keinen Bock, oder was? Genau. Was ist da los? Dankeschön, Rico. Ernmann. Ja, ich hab auch Like da gelassen. Auch Ernmann. So, was ist jetzt mit den Gegnern? Wo sind sie? Oh, da vorne sind Geschüsse. Wo ihr seid? Schade, dass das Rot-Punk-Gewehr weg ist. Wegen Standards-Skill. Ich geh mit 180, oh mein Gott. Ah! Ich kann überhaupt gar keine Art von. Digga. Warum lässt ihr den No-Skin alleine leihen? Oder ist der Achtung? Oder ist der Achtung? Ich denke, es ist rausgegangen. Ich bin gleich wieder ein bisschen Krio machen. Ich hab grad drei Leute mit Bumerang geholt. Oh mein Gott. Gut. Ja, es waren halt auch nur Bots. Muss man ja so fairerweise dazu sagen. Oh, hier. Guck mal rein. Möch' jemanden die haben? Ich brauch' die nicht. Uuuahhh. Am K7, geil. Hier ist noch eine, wenn man jemand haben möchte. Ganz vieles Schliff, sagst du. Hier vorne sind Schlüssel bei der ehemaligen, komm mal mit, zur ehemaligen Tankstelle der Schlüssel. Ja, ich werd sie vom Bot angegriffen. Musst du noch kurz ne Waffe mir holen und dann komm ich mit? Ja. Ich dachte er wär AFK, aber war er nicht. Ich komm zu dir Sven. Oh, hier Leute! Digga, ähm, soll ich mitnehmen? Nee. Steig ein! Entschuldigung! Entschuldigung! Was wollte ich heute? Äh? Jetzt reicht es. Jetzt gibt's Ärger! Ja. Der Decker, der hat so ne Schnurzwaffe, komm rein. Wir werden den schon umfahren hier. Ja, das haben wir da vorne. Wir müssen zu Sven. Da schießt einer. Ja, warte, wir kommen hin. Hey, hier hat doch gerade einer geschossen. Hier ist ein Gegner. Komm her. Wo tippt dich, komm her. Ey, der wusste ganz genau, wo ich bin. Der wusste ganz genau, wo ich bin. Wer tippt's denn hier, ein Hund? Komm mal hier runter, hier ist das Blechfrag. Ach so, ich komme. Ich komme. Komme ich. Sehr schön. Tarnhandschuhe. Hier ist das Blechfrag, kommt hier, kommt hier. Komm zum Splashfrag, Leute. Ich bin da. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann doppelt so hoch springen. Soll ich sagen warum? Ich springe nur so hoch, ich muss. Ich bin so spiggig. Hier ist alles. Wo ist denn der Rest? Warum turn die denn nach vorne rum? Ihr Prominent, ihr, kannst du mal ein bisschen bei uns bleiben? Wir wollen irgendwie das Ding gewinnen. Die Insel ist schon eingenommen. Hier kommt einer zu dir. Hier fliegen welche. 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 Oh no. Bitte. Angeschossen. Komm da. Oh no. Bitte. Wart ihr das oder ist mein die das? Keine Ahnung. Wer das wacht. Ich habe sowas kommen. Oh no. Mohamed. Wir sind zu viele. Oh mein Gott. Swim. Oh mein Gott. Ich brauch Hilfe hier. Nein. Ah ah. Da fäll ich... Alter, ich weiß ja die Krone. Leute, lasst euch nicht snipen, lasst euch nicht snipen. Ja, ich, aber ich wurde gesniped. Obwohl ja kommt die mögliche... Sven, soll ich hier was sagen? Boah, die Achtung. Guck mal. Aber keiner darf klauen. Guck mal, was ich hab. Guck mal, was ich hab. Nein, jetzt guck ich grad nicht, weil hier muss doch noch ein Gegner sein. Ich hab die mutige MK7. Ja, ist doch super. Oh mein Gott. Aber bleibt mal ein bisschen konzentriert. Hier muss doch irgendwo noch ein Gegner sein. Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Nein! Ich will nicht den Schlürfe trinken. Hier war doch eben noch ein Gegner. Leute, wo ist der hin? Oh mein Gott, Zone. Zone, Zone. Oh, der Sprach... Nein! Oh, der hat den Zug gebaut! Oh mein Gott! Was war das denn? Ui, wie lustig! Da ist eine Huelt! Ja, Digga... Ich hab keine Ahnung... ... warum du gestorben bist. Sollen wir ihn jetzt noch alle retten? Ja klar! Let's go! Wir können ja mit Jumpett hier weggehen. Ja! Schnell, wir müssen uns beeilen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ähm... Ich hab einen Sniper mit. Ich brauch Snipermonie, Digga. Warte, ich guck mal, ob ich Snipermon hab. Ich weiß es noch nicht. Hier, du brauchst Heilung, Prominent. Hier, Snipermon. Danke. Hier fliegt einer. Prominent, du musst nicht mal heilen. Hier ist überall Zeug. Hier ist was. Hier ist was. Guck es los. Heil dich da, los. Lass... Lass uns weiter. Brauchst du noch mehr Heilung, Prominent? slop Brauchste Heilung, brauchste Heilung. hinter dir hinter dir hinter dir prominent hab ein wir müssen aus der zone raus kommt leute kommt ich muss es tun ist nicht schießen wir müssen Nimm mich da reinschießen! Warte, schieß rein! Warte, einsteig! Der ist gerade gestorben. Nein, 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 nein! Oh nein, so ein Scheiß! Ja, ist es auch. Ich bin hier gefangen im Baum. Oh mein Gott! Hilfe! Oh nein! Bruder, ich komm in den Strauß! Ich muss den Baum kaputt machen. Der war ja! Schnell, schnell, schnell! Ich nehm Tarnhandschuhe mit. Da! Da, 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 da! Ach so! Ich hab'n gecken. Das geht's. Gehen gegen ihr vor uns! Pass auf! Hab' einen! Richtig, richtig drücken hier. Komm! Ich auch! Komm! Okay. Da waren... Da ist er nicht hingegangen. Das sind schon wieder die letzten Gegner hier. Ich guck' nach. Ja, bleib' zusammen, bleib' zusammen. Ja, ich komm' wieder. Ich komm' wieder. Ich komm' wieder. Ja, ich komm' wieder. Da... Da... Da ist's, da ist's, da ist's! Da ist's, da ist's, da ist's! Alles läuft voll an mir! Nein! Pass auf! Hinter uns! Ich muss meine Tarnhandschuhe! Nein! Oh-oh! Hab' da irgendjemand hier? Ja, hier! Hier! Danke! 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 Alter! Ich bin fast gestorben! Das war richtig knapp! Nein! Ich nehme den Mettennebeln nicht. Ich lege den! Die sind unter uns! Oh-oh! Pass auf! Alter! Sven! Schnell, 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 schnell! Ich geb' erstmal das los! Ja! 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 Nein 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 man justamente schaff mir die Krone. Dankeschön... Ich hab mir die Krone geholt! Küsst auf... Der letzte ist das... Klaus, guck auch auf ihn an JAAA! ättsdreil! von der Cyanogen посcol. Ja, läuft doch heute. Heute ist echt gut. Ja, heute ist der beste Tag der Welt.